und damit herzlich willkommen auf meinem russischen kanal ihr freundet euch mal eine zeige für ein kleines fnaf fangame heute spielen wir zusammen die alpha ich weiß nicht ob das polnisch oder tschechisch oder keine ahnung wir starten einfach mal neues spiel noch 1 pavrot kukijoki pavrot 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 könnte polnisch sein ich weiß es nicht ich bin nicht so sprachenversiert es gibt nur drei kameras das ist ja nicht viel da haben wir licht wie haben wir die andere wir haben das andere licht ich brauche noch ein anderes licht wir haben hier nur ein licht nur ein licht warum habe ich nur ein licht und hier nicht ich muss doch hier noch ein zweites licht geben oder nicht oder wohl oder übel warum habe ich hier kein zweites licht oder brauche ich nur das eine licht er liegt noch da aber er kommt ja von er liegt hier jetzt kein gimmick kein gimmick oh ah ich kann hier noch licht machen und hier kann ich auch licht machen cool ich bin mal gespannt ob er sich auch irgendwann mal bewegt schade dass es hier kein so ihr wisst was ich meine aussieht ich bin ein kleines kind ich bin ein kleines kind hier ist nichts ihn mal anscheinend ich bin ein typischer machen was ich kann nur hier und hier wieso kann ich hier kein licht machen ich weiß nicht himself Ich bin ja mal gespannt, wenn er sich bewegt, ob er sich überhaupt bewegt. Er ist ja noch da, aber dass man hier nicht, ich trau dem Frieden nicht, irgendwas muss doch hier links noch sein, irgendwas gibt es doch nicht, ja ich noch da, hier ist auch nichts, auch nichts, alles ruhig, is all right, wenn ihr wisst, was es heißt, ist Poprot Kugelki, ok, ich könnte es jetzt auch googlen, ihr dürft mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ah, ein schöner Flieger, kann ich hier was mit ihm machen, ein Gimmick, auch nicht, auch nicht, hier ist nichts, zieht mich ruhig, aber die Zeit geht so langsam rum, die Zeit geht nicht so langsam rum, kann ich hier noch was tun, mal im Test, ja es geht nur, ich wünsche nichts, aber wir haben ja schon 2 Uhr, alles ruhig, und er liegt noch da, bin ja mal gespannt, wenn er überhaupt aufsteht oder so, sich bewegt, das faule Luder, jetzt nur ein einziger Charakter, Charakter, what, 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 was war das, was war das, Bildstörung oder was, what, hier ist nichts, ja, ist alles ruhig, warum hat man jetzt eine Bildstörung, finde ich gut, mit dem Schatten, also nicht auf billig gemacht, sondern schon Mühe gegeben, dass es auch einen größeren Schatten dann wirft, wenn man da anleuchtet, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Also mir gefällt es bis jetzt, mir gefällt es bis jetzt, aber er könnte sich ja mal bewegen, ne, er könnte sich ja mal bewegen, er brauche nicht noch faul da rumliegen, ach komm, beweg dich doch mal, die Leute wollen doch was sehen, die Leute wollen lachen, die Leute wollen Spaß haben, action, oh, ich glaube er ist weg, ah nein, ich habe gedacht, ich habe mich ja zu früh gefreut, ich habe mich ja zu früh gefreut, no, 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 li, 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 li. erwischt, oder. Er liegt einfach nur blöd rum, blöd und rolle rum hier Kann ich das jetzt nicht machen? Er bewegt sich keinen Meter. Ach so, ein faules Luder. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Abwarten. Abwarten, Teet trinken. Apropos trinken. Oh, ich hab so Durst. Er ist immer noch so heiß. Mist! Ich wohne in einer Region, wo es immer noch über, über, über 30 Grad heiß ist. Er ist so hot. Er ist sehr gut. Inside my room. Ach man, bewegt sich nochmal. Move your ass. You understand this? Boop 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 boop. Sonst kann ich hier nichts tun. Ein Gimmick wäre jetzt nicht schlecht, dass man ein bisschen Ablenkung hätte. Weil dann brauche ich mir nicht so viel erzählen. Und euch auf den Sack gehen. Haha. Aber ihr habt es ja nicht anders gewollt. Er bewegt sich nicht. Ich komm mit dem Schwitzen vor lauter Reden. Er ist schon nicht da. Es tut sich nichts. Es tut sich nichts. Wie gesagt, es ist noch eine Alpha. Aber ich hab mir gedacht, ich guck mal rein. Vielleicht load es sich schon. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Wenn es halt nur ein bisschen mehr Action wäre. Könnte man ja reinpacken in die Alpha aber. What? Was war das? Ich sehe ja nichts. Ja, er hockt ja nur rum. Er macht ja nichts. Er macht ja nichts. Aber es scheint später noch mehrere Räume zu geben. Weil sie sind ja vorgesehen hier. Bling, 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 bling. Und ich denke mal, beim nächsten Update wird es vielleicht mehr geben. Mehr Charaktere. Mehr Charaktere. Oh. Oh, er ist weg. What? Oh, habt ihr gesehen? Da war er schon. Ja, leg dich nur wieder hin. Oh, er ist doch gekommen. What? Böse, böse, böse. You're a bad guy, my friend. Er ist noch da? Ja. Er ist noch da. Wir könnten sogar nacht eins überleben. Ich werde verrückt. Bling. Ich wurde verrückt. Aber ich denke mal, dass es auch von links im fertigen Spiel auch links mehr Action gibt. Also dass nicht nur diese Tür ist, sondern dass dieser Eingang auch auf der linken Seite. Hundertprozentig. Könnt nicht wetten. Wollt ihr wetten? Nein, wir wetten nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Aber Leute, ich bin schon wieder so müde. Das gibt es nicht. Die Wärme macht auch einen kaputt. Oh. Ich fühle mich wie ausgekackt. Hier habe ich echt ausgeschissen. Ehrlich. Keine Kraft mehr. Keine Kraft und saftlos. Oh. Aber wir haben ja schon fünf. Ich bin mal gespannt, ob es auch eine zweite Nacht gibt. Aber immerhin waren wir im Raum. Oder er wollte in den Raum. Aber wir haben ja nicht reingelassen, ne. Nicht mit uns. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Oh, ich glaube, er kommt wieder. Ui, er war wieder da. Nicht, bist du wieder hier. Yes. Oh, okay, ist nicht schlecht, nicht schlecht. Bssst, bssst, bssst. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel so haltet, euer erster Eindruck. Würde mich freuen, was von euch zu lesen. Bisschen Small Talk halten, ne? Small Talk. Könnt ihr euch gerne runterladen? Kostet nix, ne? Wie immer alles in der Videobeschreibung. Ihr wisst ja, brauchen wir nicht immer wieder. Ui. Bing. Aber die Zeit geht so langsam rum. Das wäre so ein Spiel, wo... Oh, pff. ziemlich stressig werden kann. Weil mehr Leute da sind. Yes. Sechs o'clock. Sechs o'clock. Oh, du erst. Gibt es da noch eine Nacht zwei? Oder... Witsch... Witsch... Was ist das denn? Kannst du das sprechen? Nein. Also es gibt nur Nacht eins. Ja, Leute. Das war... Povrot. Kukialki. Wie gesagt, die Alpha. Nacht eins. Eine Nacht zum Spiel. Eine Nacht überlebt. Könnte lustig werden, das Spiel. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie euch es bis jetzt gefallen hat. Ich denke mal, es gibt in der Full Version, oder wenn es ein neues Update rauskommt, viel mehr Action. Mehr Räume, mehr Kameras. Und die linke Tür, die wird mit Sicherheit auch noch ins Spiel kommen. Ich werde es auf jeden Fall spielen, wenn die Full Version rauskommt. Weil mir gefällt. Ja, macht Spaß. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs... Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten könnt auf meinem Rosti-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Renta. Tschö, wir denen. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschaui. Goodbye. Thank you. Tschaui. 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 Tschaui.